So, da sind wir wieder bei TTT. Isen, das hast du nicht richtig verstanden. Du musst andere durchschwingen. Was machen wir mit den Hütchen? Ja, warte, ich schieb dich jetzt mit dem Hütchen ins Loch. Also mit dem Hütchen kann man einige Dinge machen. Ich bin jetzt der freundliche Spieler, ich nehm keine Waffen. Ich bin Detective, lass mich oben. Wow, das war ich nicht, das war ich nicht. Ich hab's geworfen, ich hab's geworfen. Hä? Ich hab's geworfen. Entschuldigung. Das war aber vor der Runde. Was? Odin, 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 Isen, Wintercracker. Odin, Isen, was denn jetzt? Wer denn jetzt? Odin AK Wintercracker. Isen, dann bau doch mal ne Heelstation für denjenigen. Wer ist denn verletzt? Der Bergmann. Wollt doch keiner verletzt. Maudado. Warte mal, ne Healthstation, wir brauchen das jetzt. Ich bin mir fehlen, suchen wir HP. Alter, ne Healthstation, kommt man damit in die Hölle? Ich will auch in die Hölle. Ach man. Ach, die Hölle ist leer. Oh man. Okay. Ihr seht ganz schön bedrohlich aus mit euren Waffen. Okay. Warte, dann mach ich auf Magnetostick. Alter, ich hab meine Waffen einfach weg gesteckt. Schüttt alle eure Magnetosticks raus, bitte. Da sind wir nun. Achso, ja. Magnetosticks. Ja, wir können den neuen X-Men drehen. Wenn ihr wollt. Okay. Hier, der ist so nah ran hier. Der Magnetostick. Und der Holly auch nicht. Guck mal, Holly hat ne Waffe. Holly ist Traitor. Achso. Oh, Magnetosticks. Ja, wenn er Traitor ist, dann aber das. Da. Awein. Alles gut. Drück dich Holly mit. Ja, jetzt steht auf. Die machen einen Turm. Ich will mit. Du musst auch mit von Holly. Du stehst schon. Geht nicht. Ach, schade. Na gut, dann halt nicht. Ups. Will jemand mit dem goldenen Schicksal irgendwie rumballern? So, jetzt kommt noch einer hoch. Ähm, ja, gib mal her. Odin, komm, hör her. Ja, wirklich? Gib hoch. Holly, komm mal ein bisschen zu mir. In die Richtung. Genau, perfekt. Jetzt kann Odin herklettern. So? Wieso macht ihr hier so Faxen? Ähm, damit gleich jemand ne Bombe zünden kann. Oh, das wär... Health Station? Das wär zu einfach. Wie das denn? Ganz unten hat ne Waffe. Das ist ne Health Station. Maudado hat ne Waffe. Rennt! Oh Gott, rennt weg. Oh nein. Das ist ja gar nicht so dramatisch. Der hat doch nur ne... Okay. Geht jetzt zwei Health Station. Kann mir das jemand erklären? Tauschst du den goldene gegen silberne? Alter, was? Warum sind jetzt zwei Health Station? Also, es gibt... Es gibt eine, die explodieren kann. Die piepst dann so komisch. Die piept weg da. Oh. Ähm, Holly ist tot und war innocent. Oh Gott, er schießt Maudado auf mich. Hilfe! Gefährliche! Ach, ich hab mich... Hihihihi! 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 Die kam von hier, oder? Ja, die hab ich da hingelegt. Du hast mich angeguckt und nichts gesagt. Ja, ich hab mich schon gewundert. Ja, ich hab mich schon gewundert. Ja, ich hab die Bomb Station gelegt, und dann hat irgendjemand alle in die Luft gesprengt mit der Bomb Station. Gesprengt? Gesprengt? Das war ziemlich tricky von dir. Ja, ja. Ich wollte eigentlich, dass alle mit auf den Turm kommen und nicht uns in die Luft sprengen, aber ihr wolltet ja nicht. Es war ein bisschen schwer, da hoch zu klettern. Heul doch! Heul doch! Wow! Okay! Heihihi! Wo findest du eigentlich immer die Bullshite? Keine Ahnung, das hab ich mich... Ich glaub, in irgendeinem LKW war die das eine Mal. Im blauen LKW? Wie Bullshite Sohn. Es gibt keinen blauen LKW. Achso, ein Lastwagen. In einem. In einem. Ich hab gar keine Farbe gesagt. Ja, ja. Im blauen Lastwagen. Ja, hier ist er. Da hast du sie ja. Komm. Heih, ich hab sie nicht. Das ist eine normale Pistole. Nein, da war nur ne... Da war nur ne normale Pistole. Ne, das ist nur normale. Wow! Aua! Oh Gott! Heih, wie macht das? Wer schießt denn da die ganze Zeit? Oh Gott! Ich balle mit meiner Waffe rum, weil es die falsche ist. Ich bin wütend. Aha! Wo sind denn die anderen drei? Der wirkt verdächtig auf mich. Da ist Winter... Warum Winterkwecker? Warum bist du schon verletzt? Wegen der Bombe da. Wegen der Bombe da. Wie schafft ihr das? Ich seh da nie was. Noch einmal explodiert da was. Wo ist hier ne Bombe? Genau. Da vorne, neben dem LKW. Aha, aha, aha. Aha. Wer ist dein Detektiv? Aha, aha, aha. Ich bin Detektiv. Völlig von dummer Frage. Deswegen mach ich auch Aha, aha. Den ich ermittler gerade. Alter! Holly! Ja? Ich hab nen Hinweis. Okay. Warte. Ich werf meine Diegel in die Richtung. Da gibts nen Hinweis. Ähm. Okay. Also Winterkwecker sollte den Hinweis schon sehen. Da gibts... Da ist Blut. Ja, da ist Blut aufm Boden. Aber... Ich bin schön, wie Winterkwecker einfach nur reinschaut und nichts sagt. Was denn? Ach, da ist ne Leiche. Oh. Ähm, Isen. Isen. Schau mal in den LKW rein. In den weißen LKW. Da ist ne Leiche, glaub ich, drin. Ja, warte mal kurz. Schau rein da. Oh, oh! Zombie! Zombie ist es... Du warst kurz AFK. Der LKW wird noch blutiger. Ja, aber es ist ja nicht nur Zombie. Es ist auch noch Isen. Hast du Zombie gesehen? Bin's doch gar nicht. Ich wollte dir helfen gerade. Ich wurde von Aliens enthürt. Es ist auch... Es lebt... Es ist Isen auch noch. Isen, ich hab dich im Blick. Wenn du jetzt nicht in den LKW reinguckst, dann erschieß ich dich. In den LKW soll ich reingucken? In den LKW. Holly, es ist... Holly, es lebt ja noch ein... Hier ist niemand. Es ist Zombie und es muss Isen sein. Oder lebt besonders... Nein, nein, da ist niemand drin. Alle sind tot, alle sind tot. Odin ist es nämlich. Ja, ich glaub... Na, dann ist... Dann knallt... Ey, Isen, Odin, knallt dich ab. Okay, das geht's. Knallt dich ab. Knallt dich ab. Knallt dich ab. Just do it. Ich geh ihn gucken. Ich geh ihn gucken. Halt Augen aus nach Zombie. Ich kenn den. Okay. Hä? Was? Was ist da passiert? Das war schön. Aua. Oh Gott, das war gruselig, ey. Krass. Ich hab einfach genau mit einer Kugel seinen Kopf aus Versehen getroffen. Aber ich war eh gefragged von Isen. Das war ein männliches One-on-One. Ich kann nicht, ob ich dich gut getroffen hab. Ich glaub, ich hab nur daneben geschossen. Nein, du hast ein bisschen getroffen. Nein, du hast ein bisschen getroffen. Aber danach nicht mehr. Oh. Oh. Genau, einmal mehr und ich wär tot gewesen. Oh. Und was ging jetzt hier so ab? Gut. Winterquäcker, warum hast du mich nicht verdächtig? Naja, keine Ahnung. Weil wir das mit der Waffe nicht ganz verstanden haben. Vertrauenswürdig. Woher soll ich denn wissen, dass da eine Leiche drin liegt? Ich kann schon den Kram mit dem Hinweis irgendwie verdächtig, aber... Du musst deine Verdächtigung als aussprechen. Aber du bist ja sogar da noch reingegangen und hast dir die Leiche ganz gemütlich angeschaut. Du hast doch mehr dafür fast getötet, dass er... Ja, das stimmt. Dafür, dass ich dich von hinten geprankt habe. Danke für deine Rückendeckung, Holly. Wir warten uns jetzt. War das... Eason warst du auch Tracker? Ja, somewhere. Ja, Eason war Tracker. Detective. Ja, was denn? Nicht schießen. Nicht schießen. Wer ist Detective? Ich explodiere, Eason! Ich explodiere! Du explodierst? Ah! Er ist wirklich explodiert. Aber das war ja nichts. Ja, das war kein Schaden. Das können wir gerne nochmal machen. Ich... Alter, da ist noch eine! Ich fang sie! Hab sie! Oh nein! Ich brenne! Ich brenne! Warum brennst du? Oh, lass uns mal reingucken. Muss ja irgendwas sein. Ich geh da jetzt rein. Du gehst da rein? Du bist bestimmt Traitor, Mann. Ich bin kein Traitor. Wenn du... Okay, Zombie ist es. Hä? Wenn ich wäre, dann wärst du schon tot. Ja, deswegen werde ich auch nur gleich sterben, sobald ich aufhöre zu reden. Die töten sich da oben. Die töten da oben sich gerade alle. Okay, okay. Wintercracker war Detective. Holly, bist du es jetzt oder nicht? Wenn du es nicht bist, dann ist es sicher super einfach. Dann können wir... Hier überleben. Ich bin es nicht, Mann. Dann geh zuerst hoch. Warum soll ich hochgehen? Nein, ich... Ja, ich geh auch nicht hoch. Okay, ich folg dir. Aber... Mit Sicherheitsabstand. Ja, ich tanze ein bisschen, dass du nicht in den Hinterkopf schießt. Okay. Warte mal, kommt da jemand runter? Nein. Obwohl, die hören ja, was wir machen. Ja, deswegen... Lass uns in einen anderen Channel. Ja, genau. Du sollst mal besprechen, was wir machen. Du bist da um die Ecke und erledigst mich gleich, Mann. Du bist krank, ey. Ja, Holly ist tot. Schade. Was? Nein, nein. Oder? Bin ich tot? Doch, doch. Ich hab dich umgebracht, Holly. Oh. Dann darf ich nicht reden. Was darfst du denn nicht sagen? Ach so. Ich bin die Taktik. Hör auf damit, Wintercracker. Ich bin's doch nicht, Mann. Oh Gott. Wintercracker. Ja, ja. Tu's. Hallo, Wintercracker. Dickwiss! Okay. Das fand ich nicht sehr nett von dir, Wintercracker. Musst du dich nächste Runde dann entschuldigen. Oh. Hallo? Ich glaub mein Teamkollege lebt nicht mehr. Ja, ich glaub Holly ist tot. Ich glaub meine Position hilft dir bestimmt nicht mich zu finden oder so. Ach, Moldado. Ja? Ich weiß, dass du nicht Wintercracker bist. Ich bin auch Wintercracker. Hab ich mir schon gedacht, dass du auch als Wintercracker getarnt bist, wenn Holly einen Wintercracker gesehen hat. Ja, wir waren nämlich Detective. Ach Wintercracker. Ja, ich fand's gut, dass Holly verwirrt war. Ja. Zombie, wo bist du? Hinter dir. Aber. Ja. Aber es war nicht schlecht. Uh, ich dachte echt das Wintercracker. Ich hab aus Versehen aufs Messer gewechselt gegen Zombie im Kampf. Ja, ich hab mich schon gewundert, warum du nicht schießt. Ach, deswegen die Fick-mich-Worte. Ja. Ich wollte einfach nur deinen Körper spüren. Ach, Moldado dreht durch. Ach ja, es gibt ja noch diese Laufmine. Oh, die muss ich auch mal als Traitor benutzen. Laufmine? Ach, ich war schon so oft Traitor, Holly. Okay. Ja, ja, ja. Aber hey, wir haben uns nicht gegenseitig ungebrannt. Irgendwie tut mir Eason leid, der stirbt immer so als erstes. Nee, warum? Möchte ich gar nicht. Okay, hab ich schon mal so das Gefühl. Alter, ich bin Super-Edden. Ich will auch vorsichtbar sein, das ist cool. Das ist ganz unten. Das ist dieses pinke, raute Dings, was kein Symbol hat. Okay, warte. Das kauf ich dir nochmal. Oh. Ja. Ja. Okay, ich brauche eine Waffe. Darf ich Co-Co Detective sagen? Ja, mach ich nicht. Und du bekommst Special-Equipment. Nee, nee. Hat jemand drauf funktioniert? Hä? Ich hab das Glas hier oben zerbrochen. Ach so. Kannst du mit Rechtskippen automatieren? Ja, weil ich so ein Auto-Sniper oder so. Crazy-Typ. Ne Auto-Sniper. Hast du den Choker. Ne Auto-Sniper. Eason? Das war eigentlich sehr schlecht. Ich hab da hinten bei der Half-Pipe ein bisschen rumgescated. Ah, hast du ein Long-Board? Hast du ein Long-Board? Ich hab ein Long-Board, aber das ist unterbrochen. Eason ist innocent. Wir könnten mal hier so Parkour laufen machen. Eason muss sein Long-Board überhaupt. Ja, Eason muss sein Long-Board. Willst du es uns mal zeigen? Das liegt da hinten irgendwo bei der Half-Pipe. Oh, nee. Maudato ist wieder der Kiefer. Oder es ist wieder Fragerolle. Nein, hört auf auf mich mit der Schrotfilter zu ziehen. Nein, nein, nein. Okay, wow, wow, wow. Eason wurde angeschossen. Eason wurde angeschossen. Ja, warum denn? Ich hab nichts getan, aber ich weiß nicht. Jetzt ist er nicht mehr da. Sommer ist es. Nein, das ist nicht. Sommer ist es. Scheiße, ey. Ich war es. Verwirrung. Achtung, Achtung. Geht weg von mir. Was ist denn das? Werde ich gerade von hinten angegriffen? Hallo? Werde ich gerade von hinten angegriffen? Ich will nicht sterben, Leute. Und Zombey sagt auch nichts mehr. Sondern wer das Zombey tut oder das wirklich? Traitor. Okay, mit Schief hinbekommen. Okay, wenn der Zombey zieht, dann erschießt ihn. Das ist auf jeden Fall Zombey. Das ist auf jeden Fall Zombey. Das ist auf jeden Fall Zombey. Was? Wieso? Ich bin ins Haus gespielt auf eine Bombe. Warum zielen, Alter, auf mich? Hast du den Eindruck? Er hat auf mich zu schießen. Aber wenn du es nicht mehr zielen. Nein, 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 nein. Er hieß nen essere. Hehehehe. Zombey ist in dem gelben Haus. Ich bin nicht überprürend. Ich bin nicht überprürend. Ich überträue ihn gar nicht. Welches Gelbes Haus? Welches Gelbes Haus? Wenn ihr am sniken müsst, dann sollten wir uns verstecken. Versteckt euch doch einfach. Nee, der hat eine Schrot oder sogar. Oder eine Pistel. Ja, der, okay. Zombey hat auf mich geschossen. Ich habe alles. Der Zombey hat auf mich geschossen. Kriege ich ne Ear Studies? Ja, dann sollt ihr euch vielleicht ein bisschen verstecken im Haus. Du schaffst das auch so. Ich stelle dich nicht so an. Bitte. Okay. Hey, danke für euren Support. Jesus, dank euch. Holly! Nicht mal Kirchensteuer zahlen. Ja, Holly ist es. Ich hab's doch gesagt. Ich hab keine Punkte mehr. Ja, auch keine Punkte, aber ich hab ne Waffe auf jeden Fall. Ja, ja, wenn du den Trader umbringst und herbringst, dann kriegt ihr beide eine Diensteuer. Weißt du was ich mache? Gar nichts, weil ich hab kaum mehr Leben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, Lass. Das ist nicht gut. Wo bist du hingelaufen, Mann? Ich geh jetzt baden. Ich geh jetzt baden. Kommen sie bestimmt wieder unsichtbar an. Nein, nein, nein. Wo seid ihr denn jetzt, wo seid ihr denn jetzt? Okay, es ist Holly. Ich bin es nicht, ich bin es nicht. Du hast grad Eisen umgebracht. Ich bin auch noch hier, aber er hat Wintercracker umgebracht wahrscheinlich. Wer ist Wintercracker? Der tot. Okay. Okay, gut. Alter, ich glaub hier ist es ganz schön gruselig. Ja, ich glaub auch, dass es ziemlich gruselig ist. Wollen wir noch ein letztes Abend mal essen, bevor die uns umbringen? Wieso? Sehr gruselig. Obwohl, du kannst zeitwegs gut schießen. Schreib dich nicht ab, Mann. Wir lesen und schreiben. Okay, du hast den anderen Ausgang, ja? Sehr gut. Ja, einen Ausgang habe ich ausgeschalten so gesehen. Gut, der andere Ausgang. Ah, Hilfe. Sie haben mich gesehen. Sie haben mich gesehen. Over. Flucht, Flucht. Komm ins... Nein, komm nicht zu mir. Ich glaub, da ist eine Bunde drin. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Izen? Ach. Ach, Izen ist schon tot. Oh. Ja, Izen habe ich weggesniped. Warum hast du gerade nicht noch auf Mordado geschossen? Du hast ja noch 5 Sekunden im Visier. Du, keine Ahnung. Du hast ja noch einen Isen töten. Bisschen zappeln lassen. Ja, ne danach. Als du durchs Fenster ist. Ah, Mann. Ach, Mann. Ich wurde erst kamen. Ich hab nicht echt recht. Tom Bay, hast du eigentlich schon eine Runde, wo du nicht Traitor warst? Ja. Das war die, wo ich keine Waffen gezogen habe. Das war die, wo ich keine Waffen gezogen habe. Also Tom Bay ist immer Traitor? Und ungeschnitten Traitor-Only-Runde. Ach, Mann. Ja, ich fühl mich als Eno auch ganz so gut zu sagen. Tom Bay, ich habe das Fadenkreuz auf deinem Kopf. Ich mein, wir hatten Spaß, oder? Ja, wir hatten echt Spaß. Du warst in Panik, ist mir hinterher gerannt, sind zusammen... Ja, das war, das war schon toll. War schon ganz gut, ja. Zusammen gestorben. Ja, Holly war auch ziemlich ein guter Partner, muss ich sagen. Ja, war ganz angenehm. Hat sich sogar unsichtbar gemacht, wie er es versprochen hat, dass das mal eine Traitor wird. Richtig, richtig, richtig. Ich stand manchmal... Ich habe an dir geschnuppert, Isen, neben dir. Den Traitor neben dir und habe an dir gerochen. Böser Mann. Wollen wir jetzt was zusammen kochen? Ja, kochen wir ein Gericht. Also ich sage schon mal, die jetzigen Traitor werden sich bei mir bedanken können. Wieso? Was hast du gemacht? Machen die Traitor jetzt. Und tot ist er. Der ist tot. Vorsicht, ich habe da... Oh, da schießt jemand. Wer schießt der? Was macht Zombay? Stell eine Health Station in die Mitte. Wow. Health Station. Ja, das war ich. Das ist eine Health Station. Ja, da oben. Da oben snipet jemand. Irgendwo da oben. Da oben. Hier das Haus. Au, au, au. Das Haus hier. Hier, da kommen die Geräusche her. Hier. Stimmt, da sind auch Löcher in den Fenstern. Ja, hallo. Wer ist denn nicht hier? Die ganze Zeit, dass wir uns anscheinend Zombay alle umbringen will. Ja, das ist schon wieder Zombay. Hier auch mein Zimmer, Wintercracker. Zombay ist der einzige, der nicht unten ist. Ja, und Zombay hat gesagt, wir werden sich bedanken, also die Traitor werden uns bedanken. Hä? Ich bin doch die ganze Zeit fein hier, Holly. Oh, oh, hi. Oder bist du als Cracker-Braune Wende? Ich dachte, du machst jetzt irgendein Rätsel. Ich dachte schon, du bist Enigma. Ja. Wie macht ihr denn da hinten? Warum seid ihr alle von der Straße abgehauen? Hä? Weil da jemand auf uns geschossen hat. Seid ihr alle Traitor? Wintercracker, wir können im selben Bett wohnen. Äh, im Zimmer. Kommst du rüber? Perfekt. Guck mal, hier ist ein Steckchen blau. Wo bist du? Der Raum gefällt mir. Du haust mich mit deinem Karton. Das ist voll gefährlich, Mann. Deine Schlafenszeit. Dann musst du dich nicht mehr sein. Ja, eindeutig. Zombie ist es. Alter, das ist ja ne Hellstation. Hab ich ja gesagt. Ne Hellstation. Oh, warte, ich will sie auch benutzen. Uuuuund kaputt ist sie. Nein. Doch, ich bin voll. Okay. Okay, das ist ne Hellstation. Mann, das bringt Spaß aus. Keine Heilung hier. Ja, Heilung ist böse. Das hätte ich richtig Fun gemacht, Mann. Ich geh mal in Deckung, ne? Olli, kannst du bitte weg gehen? Nein. Okay, doch, doch. Ich geh, ich geh, ich geh. Achtung, in der Mitte, am Baum liegt ne Bombe. Oh echt? Achso. Wo denn? Der liegt ja am Baum. Wo denn? Hä, da ist gar keine Bombe. Du lügst. Ja, Zombie hat gelogen. Hä? Ne, ne, im Modus würde man noch nicht lügen. Doch, ich glaub, der hat gelogen. Er hat es gewagt. Ja, aber Traitor lügen in dem Modus. Ich mein, Innocenz, also Innocenz lügen. Ich erklär Zombie für Vogelfrei für die Runde. Okay, Zombie ist Vogelfrei? Okay, Zombie ist Vogelfrei. Wo ist der? Au, 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 ich brenne. Ähm, wo ist der? Hier schau ich meine TV-Ausendung während... ...dichte Klinge als Zimmer schlägt. Hier brennt alles, ich will hier nicht sein. Da ist jemand gestorben? Ja. Ich weiß nicht, wo er ist. Kein Problem, I. Ich glaub, Zombie hat sich selbst umgebracht. Hat er gemacht? Hat sich selbst umgebracht, ja. Erst kriegen wir dann ein Suizid. Ja, weil er Vogelfrei war. Er hat keinen anderen Ausweg mehr gefunden. Wo ist die Leiche? Hier brennt was. Oder er hat's missverstanden mit Kopfgeld und wollte das Kopfgeld für sich haben. Ich hab Zombie gefunden. Er ist innocent. Und er bringt sich selber um. Er ist innocent. Also, ich werde jetzt Zombies Leiche... ...in die Mitte bringen. Äh, nicht... Nein, das andere Wort. Okay. Und bring dir in die Mitte zum Baum. Wer jetzt hier reinkommt, den werd ich umlegen. In die Mitte zum Baum. Ach ja, stimmt. Ja, in die Mitte zum Baum. Er hatte immer ne besondere Bindung zum Baum. Stimmt. Ja, genau. Und dann häng ihn an dem Baum auf. Mitte erschießt mich. Er schießt mich, wenn ich ihn am Baum hab. Häng ihn an dem Baum auf. Danke. Ja, ja, ich häng ihn da auf. Warte mal. Aufgeschnüpfelter. Ach ja. Oh Mann, ist das traurig, ey. Ja, der hat mein Baum immer sehr gern gespielt. Oh. Wie kann ich ihn aufhängen? Da fliegt irgendwas hoch. Ich weiß gar nicht. What the fuck? Du musst einfach nur gegen drücken. Gegen drücken? Okay, Holly ist kein Traitor. Das kann nämlich nur Traitor. Ach so. Ach stimmt ja. Stimmt ja. Ja dann, warte mal. Dann könnt ihr euch jetzt abknallen. Dann ist es entweder Isen, aber ich weiß es nicht. Nee, ich bin noch die ganze Zeit neben dir gewesen. Ich sag nur entweder. Es muss, also wenn ich es nicht kann. Aber ich glaub auch nicht, dass es Isen ist. Odin wollte mich, ne? Wollte mich, wollte mich, wollte mich testen. Hier ist ne Kiste, was soll das denn? Weiß nicht, irgendjemand ist unsichtbar hier. Ja, hier ist ein Traitor unsichtbar in der Mitte. Weißte man, irgendjemand ist unsichtbar. Na, oh mein Gott. Ich bin mit Affen unterwegs. Ihr müsst einfach mal random in die Mitte schießen. Gieß in die Mitte. Gut, ähm. Ja, nicht nach oben, die können ja nicht fliegen. Achso. Ja gut. Vielleicht einfach beinanden. Okay. Das heißt. Es war sowas von Isen, ey. Jetzt legen alle hier. BTS ist ähm. Sterben. Nee, nee. Ist das jetzt? Ähm. 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 Ja, da haben wir ne lustige Runde vor uns. Wollen wir nicht einfach auf GLP.TV? Haben wir da nen Raum, wo wir reinkönnen? Ja, öffentliche Räume. Das ist ja auch. Ja, nun gehen wir da kurz mal hin. Bis gleich, würd ich sagen. Okay. Disconnected. Connected. User left your channel switched. User joined your channel. Hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. User joined your channel. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Jetzt kommen gleich wieder zwei Leute, die das Passwort nicht wissen. War hier Wintercracker schon mal auf dem TS? Nein. Aber Isen müsste schon drauf gewesen sein. User joined your channel. Oh, hallo. Ah, ich bin Detective. Ich spiele einfach schon mal und töte schon mal Leute, okay? Ja. Ich will mitmachen. Ich will gerne diese Runde haben, denn diese ist besonders für mich. Okay. Äh. Was ist denn los? Kommt mal zur Mitte und schiebt mit mir Wintercracker in den Gully rein. Okay, auf geht's. Warte, wie geht das? Ach, scheiße. Er ist schon da. Er ist schon da. Nein. Komm schon rein. Einfach voll auf dem Kopf hauen hier. Wow. Ich hab nen Punkt bekommen. Er war Traitor. Er war Traitor. Wow. Echt jetzt? Und jetzt lass uns Zombie reinschieben. Nein, Isen. Ja. Schiebt mich rein. Alter, ich geb euch das goldene Schicksal. Dankeschön. Oh nein, 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 nein. Mit E. Mit E. Habe ich jetzt? Ja, Odin hat sie. Oh Gott. Odin hat sie? Wer hat sie? Oh Gott, die Isen hat sie. Geh weg mit dem Ding. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Also ich bin's nicht. Nö. Okay. Maudado ist safe. Maudado ist safe. Maudado bleibt bei mir. Maudado ist safe. Wir haben zwei Feinde, Maudado. Okay, zwei Feinde. Wenn einer von euch was, dass er inno ist, muss er den anderen Dörfer landen. Du redest zu viel. Du redest zu viel. Bittercracker war doch schon Traitor. Ja, das war meine besondere Runde. Wieso sind wir... Achso, ja. Fällt mir schwäger. Nein, nicht töten! Bitte nicht! Nein, bitte nicht! Rauch! Rette mich! Warte, ich muss nachladen. Auf? Du musst den Rauch auch aktivieren. Hab ich eigentlich. Links, man kann's ja in der Hand halten, oder? So. Klar, eine Rauchgranate erstmal in der Hand zünden. Ja, das kann man mit allen Granaten hier machen. Nice. Oh shit. Das war mir gar kein Detective, das war ein brutaler Machenmörder. Der war der... Ja. Der war der Spielemacher. Ich bin der King. Naja, das war der Spielemacher. Ich will nochmal Traitor werden. Ja. Eine Runde noch. Als letzte Runde auf der Map. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, jetzt muss jeder sich nochmal anstrengen. Okay. Alles raus holen hier. Bestes. Okay. Bestes. War Wintercracker schon einmal Traitor? Achso, ja gerade. Ja, mal ein Schauner. Wintercracker? Ja. Kannst du bitte Inno werden? Und ich Traitor? Verdammt. Obwohl. Wintercracker. Alter, Holly, ich schieß auf deinen Fuß. Au! Alter! Ich hab's sogar getroffen. Du bist hier. Du musst schlafen mal. Okay, warte. Warte. Du darfst auch auf meinen Fuß schießen, Holly. Ich komm zu dir. Okay, okay, okay. Ich komm unbewaffnet. Erstmal will ich ne Waffe finden. Erstmal will ich ne Waffe finden. Ich komm trotzdem unbewaffnet. Ich brauch ne Waffe. Gib mir deine Waffe. Ich bin kein Traitor. Ja, kann ich? Wollte ich ja. Warte mal, warte mal. Nee. Du rennst hier grad durch das Haus. Ja, aber ich vertrau dir nicht. Wintercracker hast du. Und in den... Ah! Damit hab ich in den Fuß geschossen. Wenn du stirbst, wissen die doch das... Okay, dann lass du den anderen. Wo sind die? Wann wo ist? Da drüben? Oh, wegen dem Aim-Bot. Wegen dem Aim-Bot. Das war die da vorne. Oh Gott, die sind da drüben. Oh, wo ist Holly? Wintercracker ist es. Nee, Wintercracker ist es auf keinen Fall. Nein, nein. Okay, Zombie. Ähm. Ja, dann kannst du jetzt gehen. Ich bin, Ethan. Ich, ich, ich... Ich bürge für ihn. Achso. Ich bin Detective und ich sage, ihr seid es alle. Ihr seid es einfach alle. Okay, Zombie. Dann trüten wir alle in der Runde nacheinander. War der Inno? 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 Dann ist es Holly. Ich bin es nicht. Junge, ich hab ihn mitgebracht. Das ist Holly, und dann ist es noch der andere. Ja, bringt sie um. Ach, da hat Maudato ganz schön aggressiv für die letzte Runde gespielt. Ja, ziemlich. Ja, ich wusste es halt. Holly hat den extra sogar hergebracht, und du bringst ihn einfach nur um? Ja, ja. Ja, echt. Ein Traitor wird doch niemals so dumm sein. Alter, Maudato, hast du Spaß? Was up? Ja, genau. Zu Amel sagt der, der die letzten Runden nur gesnipert hat die ganze Zeit. Okay, ich hatte genug Spaß die letzte Runde. Oh, schade. Ich muss dann weg. Oh, mein. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Sniper ist cool. Ist die beste.